so halli hallo hier ist der guzua wieder am start und ich habe den max mit dabei wenn ihr ganz 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 weit zurück guckt werdet ihr eventuell euch noch an maxill erinnern und zwar war das max und alex richtig nee genau richtig das war eine ganz ganz kurze nummer das stimmt wohl aber ja so hat das eigentlich angefangen da war max unterwegs und hat er halt eben auch richtig ordentliche angriffe am start ich verlinke auch wenn ich nicht vergesse mal seinen neuen youtube channel grizzly tv und da zeigt er halt auch ein bisschen was spielt halt auch clash royal und clash of clans und da habt ihr wieder ein bisschen mehr abwechslung wisst ihr ja selber der guzua ist ja immer ein bisschen für abwechslung sage ich ja immer wieder wenn wenn einer jetzt zum beispiel sagt naja komm hier warum machst du keine cw videos und so weiter und so fort ja weil ich da halt einfach ein kleiner boom bin wenn ich halt einfach jemanden habe der sagt anna hier kommt das und das kann ich ganz gut da kann man auch gerne mal sagen er kommt hier guckt mal bei dem vorbei gar kein thema so schaut es aus ja wie gesagt ich bin jetzt momentan halt ein bisschen auf ja gold tour und will halt wirklich schön ein queen walk durchziehen dass ich euch das halt einfach noch mal zusätzlich zeige wieder schön der guzua kriegt auch mit einer dreier queen hin sage ich mal weil halt wirklich mega oft die frage fällt ab wann kann man das machen also wie gesagt ohne probleme sobald die queen geschlüpft ist dürft ihr das machen muss ich wirklich sagen guck mal hier der ist relativ low und hat in anführungsstrichen relativ relativ viel guck mal hier hat er den poster nach innen gestellt was total fail ist kommt mir sehr entgegen dann würde ich mal sagen mache ich das einfach mal dass ich hier meine queen setze und sechs heiler einfach mal rauf haue und dann gucke ich mal wo ich mich am besten durch arbeite jetzt sehe ich gerade jetzt kommen die teslas hier aber sollte auch nicht wetter wild sein ja genau schön noch die riesenbombe ausgelöst so soll es sein und dann hier schön mit den ja mit den mauerbrechern rein king soll schon mal ein bisschen vorarbeiten hier auf jeden fall ja das einzige was ich jetzt noch stören können wir halt wieder am pecker ja hör auf hör bitte auf ich möchte an so etwas nicht denken ja also ganz ehrlich vollkommen richtig ganz klare geschichte geht halt einfach wirklich darum ist ein pecker in acb hast du echt verloren weil du halt wirklich die ability der queen noch nicht nutzen kannst und dann hast du halt wirklich oh na scheiße das war ein bisschen zu dicht gesetzt aber hier wollen wir noch schnell mal klären dass die queen halt wirklich nicht außenrum rennt ja glück gehabt als hättest du ja noch barbaren zum beispiel ja das hätte alles noch geklappt das wäre nicht das thema gewesen aber ich wollte es halt halt na da wird doch nee hier hier hat er keine riesenbomben getan na ok ich habe es gar nicht okay da er stimmt eins zwei drei ja passt so dann gucken wir mal zeitlich könnte das eigentlich auch ein freestar nein nein auf keinen fall nein nein mit da ganz ehrlich mit nur mit der queen sage ich jetzt mal und ein paar heilern machst du im normalfall bei einem ganz normalen gegner kein freestar auch mit meiner 28er queen schaffe ich das zeitlich nicht muss ich ganz ehrlich sagen und hier jetzt die braucht halt wirklich ewigkeiten also ich hätte echt gedacht dass die queen viel 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 weniger aushält weil sie halt eben nicht 28 ist aber es ist halt wirklich so du weißt es selber die queen selbst wenn sie maxed ist hat nicht so viel lebenspunkte wie ein 1er king das muss man sich mal vorstellen also ein 1er king hat mehr lebenspunkte als eine maxed queen und das ist schon ziemlich krass und da sieht man mal dass das halt wirklich von lebenspunkten total egal ist bloß sie ist halt eben im angriff nicht so schnell wie eine 28er queen ganz klar so jetzt gucken wir mal du bist gerade so ruhig ich denke mal du wirst jetzt garantiert die lebenspunkte von queen und king vergleichen richtig ich meine ich kann dir ja sagen was eine 40er queen hat sofort aber aber es ist ist wohl so also die die ist im gemäxten zustand ist die halt immer noch schlechter sozusagen als ein 1er king und da denkst du dir echt was und guckt mal bitte jetzt mal ganz ohne witz wir haben keinen wir haben nicht einen rage spell verballert wir haben nur sechs heiler gedroppt und den king halt okay und das war es also wer jetzt erzählt du hast hier so extrem viel elix gezogen beziehungsweise verballert ist nicht da ist nicht der fall und von von den ressourcen selber die ich bekommen habe kann ich echt nicht meckern klar liga bonus ist natürlich jetzt so ein bisschen für den hintern aber vollkommen egal das kann man ja kaum mitzählen da unten ja ja den kann man hier also wirklich das ist natürlich dann echt in champion ganz nett wo du sagst auch cool kommen wenn du hier noch deine 60 70 prozent machst kriegst noch mal schön liga bonus der ist natürlich jetzt hier weg das ist ganz klar aber passt guck mal hier zack immerhin ist ein schritt in die richtige richtung und dann passt das so schauen wir mal hier was wir hier noch haben ich glaube ja genau ich muss immer aufpassen dass ich nicht zu viele mauerbrecherchen bauer das passt aber ich meine an sich ist der liga bonus ja sehr gut oben ja auf jeden fall auf jeden fall während deiner ich glaube während einer pokaljagd genau genau richtig ganz genau und ich bin ja selber jetzt auf dem weg zur legende kurz davor sage ich mal mit knapp 200 pokalen vor legende und habe ja jetzt im moment in titan 1 320.000 von beidem und fast 2,5 k de ja und das ist mal richtig richtig meister jeden fall kannst das gold gar nicht ausgeben so viel ja ich weiß was du meinst wo angriffe jeden angriff kriegse dann deine 400k oder so rein wenn du sie halt wenn du sie halt gewinnst klar mit welcher taktik gehst du vor also ich ich behaupte grundsätzlich ja ich glaube auch ja mit den vor allem mit der adler artillerie wieder aber ich benutze im prinzip eigentlich nur lavalunien im moment okay auch gegen rathaus elfer ich greife eigentlich nur rathaus elfer an ja ich hatte jetzt sogar zweimal in rathaus neuner die mir beide 20 pokale gegeben auch läuft läuft auf jeden fall und klar die kannst natürlich überrennen aber ansonsten verlierst du eigentlich hier auch die alte draußen mit lavalunien sehr sehr geil warte mal ist so sorry wenn ich jetzt kurz unterbrochen habe wollte er mal probieren hier einfach mal so jemanden abzuziehen das wird natürlich ja das ist gut das ist richtig gut dann bin ich gleich den golem los und dann kann ich mich danach schön meine queen setzen und alles ist cool dann habe ich nämlich nichts weiter verballert und der golem ist raus das ist natürlich sehr sehr geil weil weil ich weiß nicht wenn du halt so mal angegriffen hast wenn du die queen setzt und die heiler aufgehen kein thema und dann setzt du aber in golem und dann gehen natürlich die heiler schön auf den golem und dann hast du halt dass dir dein eigener golem die queen killt und das wollen haben wir natürlich nicht wie gesagt hier einfach noch mal ein paar pokale mitnehmen das war halt nebenbei auch noch mal ein bisschen höher kommen und warte mal ich nee das lohnt sich nicht nee nee das lohnt sich nicht sonst hätte ich gesagt nehme ich den dunklen bohrer noch mit aber das lohnt sich nicht wirklich jetzt haben wir gleich den sterne bonus das heißt also zusätzlich noch mal ein bisschen was dazu bekommen und wir kommen dem x bogen auf jeden fall näher dann können wir uns nämlich gleich wieder nach einem gegner umsehen auch wieder rathaus draußen ja ich meine geht mir nee nee ja viel gibt mal guck mal hier du hast hier du hast hier die voll na ja relativ ist halt ein bisschen was drin auf jeden fall und dann halt mit dem king naja bis auf mich mit dem king oben nee ich gehe unten mit dem king lang es geht mir eigentlich gar nicht um die pokale es geht mir aber darum dass ich einfach noch mal den den beute bonus hole also sprich diesen sterne so die sterne darum geht es mir halt einfach weißt also klar ich werde heute mehr als fünf mal noch angreifen bloß ich meine ganz ehrlich wenn ich halt irgendwo ein paar sachen geschenkt bekomme dann nehme ich die natürlich gerne mit ganz klar ich denke da ist ziemlich viel gold da wird das ganze gold wirklich was drin sein wenn du dir die bohre anguckst die sind glaube ich wenn ich nicht ganz falsch sehe komplett ja die die sind das ist schon nicht wenig das geht schon da hast du schon recht so und das gold nehmen wir auf jeden fall komplett mit hier genau und dann macht die queen hier unten noch doch doch ja ja guck mal das summiert sich schon ganz schön guck mal hier zack ja ja da ist ein gar nichts mehr drinnen ja genau und jetzt halt das ist auch noch alter der bohre der der sammler ist schön voll der war richtig gut folge oder bin ich ja fast ein bisschen verärgert dass ich hier den kriege ich auf jeden fall und der ist sogar gemäxt guck mal den kriegen war ja klar ja bloß den kriege ich nicht ich denke mal oder je nachdem wo sie halt lang läuft probiere ich halt jetzt eben schön die draußen lang zu schicken dass die nicht weiter rein geht dass ich halt den bohrer noch mitbekomme so jetzt muss ich hier in rage setzen jetzt kommt es rein genau läuft auf jeden fall so und guck mal hier zwei sachen die mich hitten und der boogie turm ist schon richtig gut von daher passt das so jetzt habe ich hier vorsichtig gesagt ein problem gucken wir mal so denke ich mal sollte das passen und dann lauft bitte außenrum aber die wird definitiv jetzt auf die luftabwehr gehen genau glück und sie geht halt nach rechts um ja mal gucken vielleicht hat sie einfach auch hier warte mal ich könnte mal gucken ob ich das nee das bringt mir gar nichts schade gucken wir mal ich lasse mich überraschen echt gucken wir mal es könnte halt nein ich denke ja nein natürlich aber ich hätte natürlich ganz ehrlich ganz genau das de halt noch mal so ein topping obendrauf reicht mir egal ich will mich jetzt nicht anlegen weil ich guck mal hier hier wäre nämlich die queen jetzt los guck mal hier die wäre jetzt nämlich losgegangen und hätte mir dann erst mal richtig den arsch von 17er queen und die da muss ich dann halt wirklich darauf achten und das bringt es mir einfach nicht ich habe meine 160 k läuft schade wie gesagt mit dem dunklen da hätte ich ein bisschen ja aber so ist es halt ich guck mal gerade die anfrage für zwölf gems ne ganz ehrlich das mache ich nicht das ist eigentlich ich glaube das ist das teuerste wasser anfangen kann das und halt eben die helden die helden halt wirklich noch mal schneller fertig zu machen das ist schon echt krank das ist schon ich guck mal gerade wie es hier bei phil aussieht phil ist aber mit schlau ne ganz ehrlich sorry das geht gar nicht also die magiatürme ne das ist das ist nee das ist kein rathaus 10 das ist nicht ansatzweise das ist nicht mal rathaus 9 das ist rathaus 8 niveau das ist die magiatürme sind rathaus 8 die minenwerfer sind rathaus 8 die bogentürme sind rathaus 8 das einzige was neun ist ist die luftabwehr die infernus natürlich eagle artillerie klar und die expos nee das ist halt echt das geht nicht sorry ich musste genug einstecken am anfang wo es immer hieß ja russia 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 und von daher darf ich das gerne auch sagen wir haben mittlerweile die drei millionen erreicht das ist natürlich ziemlich geil und wie viel habe ich jetzt 13 ja genau das passt dann kommen jetzt hier noch ordentlich bogies dazu und da bist du ja erzähl mir jetzt noch ein bisschen über dein account also du bist mittlerweile komplett maxed oder sehe ich das falsch also ich bin insofern komplett maxed als dass mir im prinzip nur noch die mauern fehlen die habe ich alle auf 9 und eben 10 ja nur muss ich eigentlich sagen dass ich bin ja eigentlich nur in dem high level bereich außer als ich jetzt die ganze zeit die helden gefarmt habe aber im moment eben mit legendary und unser clan an sich ist ja ein er ja sagen wir 30 oder so klar da sind eigentlich alle gemächt und da geht es halt hauptsächlich nur um pokale und eben fand da farm nicht unbedingt jeder ja so viel je nachdem wenn ein großes update kommt dann natürlich schon aber im großen und ganzen bin ich def mäßig komplett gemächt bis auf einen bogeyturm und truppen mäßig habe ich eben fünf level noch für den worden ja ich glaube ein genau ein level für den gift zauber aber ich finde zwischen level 3 und level 4 als jemand der fast immer nur gegen max leute spielt das macht eigentlich kaum einen unterschied vor allem weil er jetzt ein patch rauskommt für den gift zauber weil du das okay okay nene immer erzähl 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 sprich die truppen also du konntest ja zum beispiel in einem klaren woher wenn derjenige hexen hatte ja konntest du ja die hexen rausholen aus der klarenburg und dann dein gift einfach drauf setzen sind die gestorben jetzt wird es so sein wenn die hexen zum beispiel nur rausgeholt werden aus der klarenburg und die bleiben halt eben stehen weil du nichts anderes tropft ja du hättest ja normalerweise den gift drauf gedroppt ja dann ist es jetzt so dass die automatisch aus dem gift zauber rausgehen spricht ja okay man sieht eine höhere intelligenz wenn du ja 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 jetzt habe ich hier mal kurz ein gift drauf weil ich nicht so lange mich mit dem king beschäftigen möchte aber das sieht ziemlich gut aus für eine drei aquile gegen drei ja das das läuft halt also wie gesagt du musst halt genug rage dabei haben jetzt habe ich ja leider nur noch zwei gehabt aber ich wollte halt einfach den gegner angreifen weil er halt relativ viel gold hatte und dann muss halt mal zeigen wo der froschi locken hat also hier ist ja jetzt auch einzelschaden nicht mehr viel los hier expo passt das ist ganz easy magiaturm macht gar nichts hier mit dem splash damage das passt und dann eben hier noch mit dem bogenturm klar der wird mir natürlich richtig zusetzen aber ich kann ihn eventuell ablenken mit mauerbrechen klar hört sich jetzt natürlich richtig krass an so du haust dafür ja ich könnte mir vorstellen dass die eventuell da lang läuft aber keine mehr ach so 33 glaube ich sind das und ich würde so ja 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 das ist richtig gut schön noch das gold mitnehmen und dann geht mir die aber auch down auf jeden fall ich mache jetzt mal ende ja ich habe sie noch ein bisschen ich meine 89.000 war jetzt nicht der rupper aber passt es ist jetzt nicht so wild zum beispiel jetzt zurück bei den truppen habe ich halt im prinzip den gift zauber nicht max den habe ich nur auf drei ja speed zauber nur auf drei und ja okay auch nur auf zwei den habe ich sogar auf eins weil ganze jetzt mal ganz ehrlich wo ist da der unterschied also im prinzip wenn ich dir das mal so sage für cw kämpfe zum beispiel wenn wenn ich jetzt zum beispiel einen dreier angriff mache in dem high level cw ja ist es im prinzip scheißegal auf gut deutsch was du dann hast sprich es macht keinen unterschied ob level eins oder genau hier genau der unterschied an sich ist wenn du eben level 4 hast und du droppst die auch wenn es vier weben sind zum beispiel für hexen ja da machen die eben einen ja einen höheren damage an den gebäuden die eben drumherum sind um die mauern herum ja aber sind wir mal ehrlich ich meine wofür nutzt du den sonst außer wie du hast schon recht also klar wenn du jetzt zum beispiel glück hast und die viel zum beispiel ein oder zwei prozent mehr halt um noch das rathaus zu killen das ist dann halt wirklich so dieses ganz kleine quäntchen aber ganz ehrlich eigentlich auch relativ selten ja genau weil du hast ein fight fertig und du hast wirklich nur noch ein boge oder sowas oder einige boge ist und du siehst das rathaus hat wirklich eigentlich gar kein balken ja dann ist es vielleicht dann ist es halt noch ein unterschied aber da sind wir mal ehrlich das beben auf vier dann halt eben noch mal jedes mal egal ob man es jetzt braucht oder nicht dann halt eben wirklich mit so viel mehr zu bezahlen ist natürlich dann auch die nächste sache weil das kostet ja dann einfach mal ein bisschen mehr am dunklen elixir muss man halt auch sagen also ich finde die kosten für die dunklen zauber an sich sind ziemlich low wenn du das vergleichst mit dem was deine sammler eigentlich an einem tag machen hier mein dunkles beben kostet also mein leben kostet ja jetzt 140 ja ein gemäxter bora macht ja schon 100 pro stunde deswegen das macht jetzt keinen großen unterschied was aber eigentlich schon unterschied macht weil ich habe ja moment die die lavaloon taktik am start und da habe ich dann ist der haste landburg ein erdbeben zauber ok und dann drei rage und zwei frost also ich habe kein ok also blitzt nichts weg irgendwie weil da hätte man jetzt denken können eventuell haust du noch ein blitz raus da habe ich es einfach mit mit drachen zum beispiel jetzt im cw dann so gemacht halt wirklich vier blitz also als ich noch ja mit dem mit dem ja mit dem anderen account dann halt angegriffen habe vier blitz zwei beben und dann konntest halt schon ein bisschen was reisen also mit den mit den high level dragons machst du es eigentlich so dass du immer zwei blitz hast ein beben und den rest halt dann rage und frost die base ist im cw bei lavaloon empfehle ich eigentlich eher dass du viel rage hast und eben zwei frost zauber also ich selber benutze eben drei rage zwei frost zauber ein gift für eben eine klar ja oder magier und sowas weil das sind dann die killen sofort eine ganze armee das ist natürlich dann ärgerlich und eben dieses eine beben was du noch aus dem clan selber bekommst und das kann natürlich schon was ausmachen weil eben die loons ja an sich auch in den leichten flächenschaden haben und ja schon ja natürlich natürlich die test zum beispiel ums rathaus genau ganz vollkommen richtig deswegen da hast du vollkommen recht deswegen sage ich nämlich auch immer macht nicht zu krass wenn ihr jetzt zum beispiel sagt ums rathaus halt rum vollkommen richtig normalerweise geht der loon halt nur auf def der killt halt schön die teslas und dann ist dein rathaus auf einmal down von loons vollkommen richtig ganz genau zum beispiel hier deine base anschaust du hast ja auch einen zentralen punkt mit der klaren buch und so in der mitte wenn es zum beispiel in der mitte ein erdbeben droppen würdest würdest du ja im prinzip alles der menschen bis halt auf das elixier lager und die klaren buch ja aber ansonsten würde jedes gebäude eben der match bekommen und das macht schon einen größeren unterschied bei einem level 4 als eben bei einem level 1 erdbeben was zum beispiel wäre es jetzt als super beispiel weil ich habe die expos und die infernus direkt neben dem rathaus ja wenn du da ein erdbeben drauf würdest und das ausrechnen ist wie viel der mensch du eben machst verständlich prozentual gesehen ist es halt sehr viel damage für relativ wenig kosten aber jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein seit dem neuen update ist ja ein rathaus auch ein lager so das stelle eigentlich dürftest du wenn du es jetzt mal ganz genau nimmst ja eigentlich kein rathaus mit dem earthquake erwischen eigentlich sind wir ehrlich es ist ein lager eigentlich hast du da recht aber ich denke mal die die dachen sich das problem ist einfach dass du auch am schluss dann kein blitz mehr drauf machen könntest oder ja klar klar verstehe ich verstehe ich sehe gerade was warte mal ich sehe gerade richtig großen fehl ich habe ich habe hier die gold lager total weit draußen gehabt ich merke das jetzt ich gucke dazu und denke mir ja eigentlich stehen die richtig scheiße yolo moment hier das muss hier mal gerade geändert werden ich mein wollte der gold war ja so ein bisschen eigentlich also wie gesagt klar ich gebe natürlich jetzt eh noch mal komplett gas aber ich habe noch etwas über zwei stunden wo ich keine zwangs der farbe aber trotzdem das gold muss ja so weit draußen nicht stehen das war es erstmal auch dazu jetzt haben wir schon ordentlich überzogen wie gesagt wenn ihr wollt guckt mal beim ja bei max in dem fall also grizzly tv vorbei wie gesagt ich verlinke den auf jeden fall und dann seht ihr da auch noch mal so ein bisschen high level mäßiges zeug und wie gesagt ich weiß dass noch wir haben zu vorher früher eben miteinander eben am start sind wir gewesen und das lief eigentlich immer relativ nice du hast ja das schlusswort ja ich bedanke mich natürlich noch mal bei dir weil eigentlich durch dich habe ich am anfang auch einen kleinen boost bekommen du hast mir am anfang geholfen als du noch weiß ich nicht mal wie viel war das 2000 abos oder so ja und du warst halt einer der wenigen die überhaupt auf eine anfrage sag ich mal geantwortet haben wo es denn immer noch so ein problem ist ja klar klar wobei ich weiß ja natürlich auch verständlich aber wobei ich halt immer wirklich immer wieder halt sage es ist eben scheißegal ob man halt klar ich meine man muss jetzt nicht unbedingt sagen ich habe 15 abos okay ich melde mich mal bei einem youtuber der halt 100k hat oder sowas das muss nun wirklich nicht sein aber ansonsten ist es halt wirklich so wenn halt der content richtig gut ist dann kann man halt ihnen auch mal sagen pass auf wie sieht es denn aus und man sieht es halt bei mir immer wieder bestes beispiel halt lichtle lichtler hat mittlerweile einiges über 200k erreicht und er hat halt eben mit mir schon aufgenommen als er irgendwie 100 oder 200 abos hatte und warum nicht weil mir hat der content gefallen lichtle ist einfach eine coole sau und fertig aus und von daher ist das gar kein thema also mal irgendwo klein an genau vollkommen richtig vollkommen richtig der übelste wenn es sich übelst langweilig ist klar dann muss man ich finde dann ich würde auch jeden dann fördern also ja der normal gut drauf ist und das ist halt bei dir ziemlich nice gewesen wenn man das ja klar gar kein thema gar kein thema immer gerne wieder so das war es wie gesagt sonst überziehen wir hier noch das geht ja gar nicht wir hoffen euch hat die folge gefallen wie gesagt jetzt sind die gold lager schon um einiges voller und dann schauen wir was war daraus ja noch machen können ob war das noch mit den expos auf der reihe kriegen haut rein tschau tschau bis dann